und damit herzlich willkommen zu einem anderen video von miss also was ja heiligen zusammen also es geht heute in diesem video um unsere soziale netzwerke soziale netzwerke ihr wisst wahrscheinlich alles was soziale netzwerke sind der twitter instagram facebook wohl facebook haben wir nicht aber dafür tritt ja okay aber als allererstes hier seht ihr unseren neuen banner 6 unsere neues logo von muss auch von dem Wasserzeichen ist ja und wir bedanken uns als erstes für 241 Abonnenten und für fast 30.000 Videoaufrufe es ist geil Leute es ist nicht mehr viel ist wenn wie viel ist es noch 433 53 und jetzt aber haben von der drei der Berge macht aber als erstes will ich mal sagen gehen wir gleich mal auf Twitch Prozent bei mir ist es ein bisschen treiben wir machen das Geld übertragen aber das muss ich ja nicht interessieren eigentlich also jetzt kommt Werbung es wollte ich auch die kommt nicht auch die dann ist gut also er ist dann ist das bewusst und nein Warte 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 das ist die Fortschritte ist kurz vor Brotkast okay mir gehört die Wenzelsplänen um okay okay um das ist ja wie es geht haben wir vier Followers wir sind scheiße schimpft und es wäre wirklich cool wenn wir wenn ihr uns auf Twitch folgt damit wir auch das wird die Kürtel ja genau und dass wir auch gleich süß machen können mit Zuschauern und gehen mal auf ist das was um noch ja genau das äh hier ist noch das was soll das was soll das was was soll das ah ja ja das ist noch alt okay kann ich noch ändern egal äh Mr. Hustle oh scheiße sorry ich bin am Mikro gekommen Livestreams mit Mr. Hustle und ihr entscheidet was ja äh es wird wahrscheinlich auch so sein dass wir dann in Zukunft vielleicht ein paar oder um ich kirkisch die noch nicht kann ich nicht ich kann um die nicht und z-platz place auch nicht das auch ist Prozent also erobern wie er entscheidet was also ein Leitungswertet ihr live dabei sein wie man sich denken und dann können wir auch mit euch er zum Beispiel man mein Kraft spielen oder andere Spiele halt und und ich habe Freude auch lassen ja okay und wir können äh auch dann endlich also wir können gleichzeitig gute und schlechte Qualität stream also 720 P4 solche mit guten Internetleitung sage ich jetzt mal und 480 P was eigentlich immer noch gut gute Qualität ist für solche mit schlechteren Internet hat und äh so 800 Kilobyte pro Sekunde ja aber eben das ist gut und es wäre wirklich cool wenn ihr uns followt und wir werden natürlich die Links in die Beschreibung packen das ist kein Ding und ich äh warum gehe ich mit mach ich mit dem Finger so nach unten mann mann niemand zieht es ja eben das ist es auch niemand mann niemand niemand als nächstes gehen wir auf Twitter das aktivste soziale Netzwerke auf dem Weg gerade ja mein Gott lass mich doch ich hatte noch keine Zeit um also was ist das ein Link oh Sven ah ok und äh Twitter ist so dann könnt ihr uns auch folgen wir haben 5 Follower äh und 180 Tweets das heißt wir haben tweet 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 hier wird alles äh was wir veröffentlichen was wir auf Instagram posten was wir kommentieren was wir liken wird alles direkt äh auf Twitter getweetet heißt das Spirchen Böschchen weil er in unserem YouTube-Accounts ist das ist richtig sexy ja genau und das war auch hier cool wenn ihr uns folgt und Prozent jahre als Leute die Facebook haben tut uns leid aber Facebook ist für uns jetzt im Moment noch nicht zu gut also gut ja das wird vielleicht noch kommen aber wir sind uns noch nicht sicher aber dafür anstatt Facebook haben wir Instagram was eigentlich schon richtig ähnlich ist jetzt steht das und hier ja ich weiß und hier vor vier Tagen das war am Dienstag und äh da werden wir ein paar Bilder in ein Posten die wir essen mit unserem ja was wir essen was wir machen hat gerade mit Prozent unseren Handys Sven du musst ja auch durch Instagram runterladen aufs Handy und das ist und das ist halt so dass dass sie dann auch wisst wie es vielleicht aussieht jetzt was wir essen halt wie zum Beispiel oder wenn du ein das andere Bild noch zeigst Nudeln was wir uns unsere Freizeit machen Freizeit macht nämlich ZPC Match anschauen was war es okay oder wo wir in die Schule gehen wie es in der Schule aussieht wie nein was auch immer haben nicht zusammen in die Schule mehr ja aber ich meine wo wir arbeiten was auch immer halt und er auch hier ist gut wenn uns folgt mein Gott ihr in ist uns überall folgen Leute aber verdammt die Scheiße folgt uns überall aber wenn sie uns folgen werden Sven ja dann wenn sie am Morgen mit zur Arbeit kommen nein äh eigentlich nicht aber billig ja lass mich doch okay äh aber eben äh Nudeln mit Zwischen werden natürlich ja wir werden äh Twitch äh Twitch Instagram und Twitter äh Profil alles in die Beschreibung packen und wahrscheinlich auch in der Video Beschreibung Prozent jetzt in allen Videos haben und ja das ist die Befestigung Sven ja und äh ich hoffe erfolgt uns dort wäre wirklich cool und wenn du das macht dank mir schon die Vorhers oder Jo ja und ich will jetzt nicht mehr länger reden weil das Video wieder sonst zu lang wird was ist eh schon erst ja stimmt und äh ich will ich will und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten Video Leute bleibt bei uns Würstchen bis dann Leute haut rein also den und überhaupt an ja tschüss bei uns Würstchen